ARD Text im Auftrag von Funk Hast dir doch noch die Hedda geschnappt? Alle beneiden mich. Sie sind doch noch jung. Wie konnten sie nur so blöd sein, das alles hinzuschmeißen? Er liebt mich aufrechtlich. Wow! Und er wird es weit bringen. Wie sieht's denn mit deiner Beförderung aus? Wenn meine neue Arbeit veröffentlicht wird, dann kommen die eh nicht an mir vorbei. Hallo. Zuerst sollte sein Essen nun für seinen Chef sein. Und nun kommen immer mehr. Sind Sie nicht Jorgens Ex-Geliebte? Es geht um Eiland. Aber wieso kommt er ausgerechnet hierher zurück? Er wollte einen Neuanfang versuchen. Arbeitet er noch als Neurologe? Ich weiß, ich bin nicht eingeladen. Thea hat uns erzählt, dass du dich wieder hier niederlassen willst, stimmt das? Ja, das will ich. Sie sollten auch ans Rennen meine Stelle gehen. Das ist wie in unserer Jugend, als wir Studenten waren. Frank wird mich nicht hängen lassen, der mag uns. Der mag mich. Das ist die traurige Wahrheit. Ich kann nicht nur mit meiner Güter, wenn sie mir eiland. Ich kann nicht mehr mit dir wegwerfen. Ich kann nicht mehr mit der Kenne. Ich kann nicht mehr mit meiner Güter. ARD Text im Auftrag von Funk